Okay, ich bin ja gerade bei 3 Gegner. Ich bin ja gerade bei 3 Gegner. Ja, ich seh's, ich bin auch hier. Hallo Jungs. Riff-Granate. Ich bin genau hinter ihm, Digger. Ja, pass auf, ich mach Riff-Granate. Und du warst mitgenommen. Unendlich unsichtbar sein in Fortnite. Das ist das Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr Fortnite sehen wollt. Und haut auf jeden Fall auf den Abo-Button. Macht die Benachrichtung an, wenn ihr nicht verpassen wollt. Und jetzt Season 6 Hype Easter. Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einem neuen Fortnite-Video mit Realize. Yo, was geht ab, Leute? Wir werden nämlich heute Leute trollen. Es gibt gerade einen Unsichtbarkeits-Switch. Wir werden halt keine Leute töten. Also keine Sorge. Wir werden dann jetzt ausnutzen. Wir wollen einfach nur die lustigen Reaktionen von den Leuten sehen, wenn sie auf einmal eine Wand oder so vor denen abgebaut wird. Deswegen wollen wir uns das mal alles angucken. Und schauen, wie die alle reagieren. Deswegen auf 50-50-Modus, wo keine Stats oder so gezählt werden. Deswegen, Leute, wir sehen uns gleich. Und zwar zeigen wir auch nicht einen Litch. Ist ja logisch. Und bis gleich, Freunde. So, Leute, wir sind jetzt unsichtbar. Und jetzt geht das Trollen los. Wir machen das auf jeden Fall ein paar Runden und machen die besten Momente. Ich habe doch, wie ihr sehen könnt, unten rechts zwei Boogie Bombs und eine Rift-Granate. Damit kann man auf jeden Fall lustige Dinge anstellen. Aber guck mal, wie die Boogie Bombe hier fliegt, Alter. Ohne Spaß. Okay, dann lass uns zu den Gegnern hingehen. So, müssen wir mal gucken hier. Ding, wir können ja die ganze Pusten drehen. Ja, das Ding ist, man kann halt echt so... Boah, hier passt die Boogie Bombe geworfen. Man kann echt die ganze Zeit so boosten. Drückt bloß nicht L2, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, das ist schon nice, Alter. Aber wie gesagt, wir zeigen den Glitch nicht, Leute. Der ist ja wahrscheinlich auch schon gepatcht, wenn das Video online geht. Wir nehmen es halt nämlich noch an demselben Tag auf, wo die Season rausgekommen ist. Und das Video kommt halt dann wahrscheinlich später raus bei uns beiden. Deswegen auch mal gerne Realize-Kanal abchecken. Ja, macht jetzt auch YouTube und nimmt das selber halt auch auf. Und schneidet das dann für sich auch nochmal gut zusammen. Ich habe Angst, die Rift-Granase zu nehmen. Ja, macht die noch nicht. Okay, ist eh weg. Ist eh weg. Warte mal. Digga, man bekommt auch keinen Fallschlag. Der kommt mal an den Einkaufswagen. Guck mal her, ich steige auf, Digga. Ich komme mit dem. Digga, Einkaufswagen. Komm, ich tippe, wenn er mit dem Einkaufswagen dann rum. So eine schwebende Zeitung einfach mit dem Einkaufswagen. Warte, nimm mal die Einkaufswagen weg. Ich will die Reaktion von Leuten, wenn sie so einen Einkaufswagen fahren sind. Digga, stell dir mal vor, du spielst vor, auch wenn sie so einen Einkaufswagen an dir vorbeifahren, Digga. Oder so ein ATK oder sowas. So, okay, wir gehen jetzt gerade auf die andere Seite zu den Gegnern. Wir müssen halt auch noch im Endeffekt auch in die Zone. Das Ding ist, wenn wir das Gegner sehen, am besten absteigen, weil wir beide wenig Leben haben. Ja. Ich glaube, ich nehme mal einen Chak-Chak. Digga, wie geil ist dieser Glitch, bitte schön. Oh, eine spannende Einkaufswagen, Digga. Oh, Digga. Der Einkaufswagen ist zu nice, Freunde. Das ist zu nice. So, ich nehme mal einen Chak-Chak. Ich hoffe, ich werde dadurch nicht meine Sichtbarkeit verlieren. Oh, ich roll zurück. Ne, ich bin immer noch unsichtbar. So, ab in den Zirkel, Freunde. Ab in den Zirkel mit unserem Einkaufswagen, man. Ey, der Glitch ist zu nice. Da oben sind schon vier Loot-Drops. Oh, ja, Mann. Oha. Ohne Spaß, Leute. Ohne Spaß, ist einfach zu lustig. Wir machen das Ganze halt auch in 50 gegen 50 wegen den Stats. Die werden halt hier nicht gewertet. Und von daher ist es halt egal, wenn man hier gewinnt oder verliert. Oh, ich bin rausgeflogen. Oh, nein, ich bin runtergerutscht. Man kann nicht kaputt laufen. Ich kann mich ja hoch. Ich schieße kurz kaputt. So, wenn ein Gras sagen... Man kriegt halt auch kein Falsschland, ne? Echt nicht? Wir machen was... Ja, moin. Okay, pass auf. Ich frage mich halt, wo die ganzen Gegner sind. Es sind noch 40. Du bist drauf, ne? Jo, ich bin drauf. Ja, das sehe ich halt nicht. Die sollen erstmal den fahrenden Eikos-Wagen so sehen. Ja, ja, auf jeden. Und dann steigen wir beide ab. Beziehungsweise macht die Sniper am besten nicht, sondern wir steigen einfach beide ab. Ja, stimmt, genau, ja. Und dann rollt halt so. Dann denken die, hä, wo kommt der her? Digga, da ist noch einer. Oder? Steig ab. Steig ab, steig ab. Digga, der ist normal. Guck mal hier. Ja, stimmt. Guck mal, hier ist der. Der Drift-Granate. Wollen wir nochmal fahren? Ja, ja. Fahr los, fahr los. Bist du drauf? Hä, lol, will ich nicht. Warte. Okay, let's go. Bin drauf. Lass hinterherfahren. Der baut da oben. Okay, hoch, 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 hoch. Da bist du. Ah, scheiße. Warte mal. Das ist ein bisschen... Warte. Oh. Oh. Dann check das nicht. Was macht der? Okay. Was jetzt? Er wird weg. Er wird weg. Hä? Achtung, er dreht sich um. Er dreht sich um. Warte, pass auf hier. Tür. Tür ist zu. Tür ist zu. Er. Er. Pass auf, Eingriff-Side. Eingriff-Side. Guck mal, er ist rausgesprungen. Ich brauche die Tür zu. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin genau hinter ihm, Digga. Ja, pass auf, er macht Rift-Granate. Und? Du wolltest mitgenommen. Ich wurde mitgenommen. Aber ich bin immer unsichtbar. Okay, dann komm ich mit. Ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Wo geht der hin? Wo geht der hin? Wo ist der? Keine Ahnung. Der hat den Fall schon geöffnet. Aber ich kann, ich komm zu dir, ja. Was warst du den Gegnern jetzt? Und zwar die Zone kommt ja auch jetzt grad. Jo. Oh, ich hab schon Tränen in den Augen, ohne Chance. Digga, der Glitch ist zu nice. Oh, hier, 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 links. Oh, er hat wieder Rift genommen. Egal, wir gehen aber hoch. Boah. Gucken wir mal, sind hier irgendwo Gegner? Nein, der Rift ist weg. Aber ich kann ja einfach gehen. Ja, du kannst ja mit hoch. Also sind doch 18 Gegner am Start, aber wo sind die alle? Digga, das ist zu krass. Ich kann einfach hier am Berg hoch, ne? Ich kann einfach fliegen. Ich such grad die Gegner. Okay, warte, da vorne sind Gegner. Okay, ab geht's. Bei links werden Sachen gefeuert. Okay, da vorne ist Action. Pass auf, ich werfe den einen jetzt mit einer Boogie-Bomb ab. Der eine wird jetzt geboogie-bomb. Der hat jetzt nämlich auch grad einen gefinisht. Tanz, Bruder, Tanz. Boah. Wir müssen aufpassen, nicht, dass einer irgendwie C4 wirft oder so, ne? Oh. Nein, ich hab auch das Tanz-Niveau über meinem Kopf. So. Der Ben, der wundert sich hier grad, was passiert. Ja, Mann. Okay, ich bin hier grad bei drei Gegnern. Ich bin hier grad bei drei Gegnern. Digga, ja, ich seh's, ich bin auch hier. Hallo, Jungs. Pass auf. Rift-Granate! Ich komm rein, ich hab's da! Der Ben ist richtig verwirrt, Digga. Er weiß gar nicht, was abgeht. So, die anderen fliegen grad runter. Ich hab einfach grad eine Wand gebaut, ne? Digga, der ist aber jetzt hier oben. Ben, lass der Ben. Er schlägt um sich. Was macht der? Okay, die werden grad von oben attackiert. Baut vor ihm ne Wand. Ich hab seine Treppe runter geschossen. Guck mal, wie verwirrt er ist. Guck wie auf sich gucken. Digga, er ist absolut verwirrt. Okay. Aber hier ist auch ein T-Mail-Grab bei ihm. Ja. Oh, der T-Mail hat ihn. Oh, da, guck mal, da unten ist noch jemand. Ja. Oh, warte. Ich kann mir nen Bounce-Fat aufnehmen. So, ich hab jetzt nen Bounce-Fat aufgenommen. Das heißt, pass auf. Alter, acht Bounce-Fats? Oh, ich bin angeschossen. Ja, wir müssen aufpassen. Boah. Unter sieben gewinnen aber auch. Pass auf, unser Team jetzt hier. Pass auf jetzt. Ah, ich kann dir kein Ding setzen. Wir müssen gleich einfach nen Gegner komplett einbauen. Die ganze Zeit. Ja, ja. Wo sind denn noch andere? Du musst aufpassen wegen der Zone, ne? Ja, ja, ja. Du bist grad irgendwie... Fünf Leute leben noch. Wir müssen mal die Letzten sein oder so. Ja, Alter. Ich hab mal hier nen Team-Mate grad eingebaut. Ich hab acht Bounce-Fats. Boah, fliegst du damit hoch. Alter. Fliegst du damit ja richtig hoch. Okay, hier falten glaub ich grad welche. Ja, ja, hier falten welche. Der finisht ihn. Der hat, er hat, äh, ihn salutiert sogar. Ist aber echt nett von ihm. Hier wird grad weitergelaufen gefeiert. Oh Mann. Wo bist du grad? Oh. Oh, pass auf, hier. Du bist fast so in meiner Zone. Ja, ich bin in so ner Burg hier. Digga, ist zu witzig. Du. Gieß mal die Team-Mate runter. Der weiß gar nicht, was abgeht. Der weiß gar nicht, was abgeht, Digga. Der weiß gar nicht, was abgeht, warte. Die Bounce-Treffen, ich schließ die grad runter. Ah. Okay, warte. Die bauen sich grad irgendwas. Warte mal, jetzt noch Bounce-Pads. Wär das halt so nice. Ah, da vorne sind die Letzten. Ich geh mal hin. Ich bin noch ein Gegner. Oh, ich wurde weggehauen grad von der Impuls-Granate einfach so. Was? Ja, der Team-Mate hat sich einfach das geused neben mir. Oh, die G's von da oben runter. Oh, er fliegt grad schon automatisch. Also, eh Höhenflug hier. Ah, das gibt's doch nicht. Er dachte auch, dass er so ein bisschen Loot-Job. Ich wollt grad. Digga, das ist zu witzig. Ah, fuck, warte. Da bist du. Ah, oh mein Gott, wir müssen ihn zubauen, genau. Auch wenn er grad seine Dings feiert. Ja, ja. Wir können aber materiell nur leider aufnehmen. Ja, gut. Ewisch was Sieg. Ja, Leute, da haben wir grad mal eine einzige Runde damit spielen können. Und schon wurden diese Steine entfernt. Und der Glitch ging halt mit dem Stein. Und jetzt hat Epic Games es entfernt. Also, ich hätte gerne mit Realize viel, viel mehr Spaß gehabt. Aber diese eine Runde, die war schon zu lustig. Deswegen werd ich die auf jeden Fall auch hochladen. Gut, dass Epic Games so schnell die Glitches fix, weil das war echt ein brutaler Glitch. Weil man konnte halt wirklich auch, ähm... Leute killen, alles machen. Genau, Leute killen, alles machen. Einbauen und alles Mögliche. So wär's halt nur in 50 gegen 50, ist halt dann kein Problem. Aber es ging halt auch in Squats, Solos und Duos. Ne, Solos nicht, aber Duos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gern einen Like da. Guckt auch gern bei Realize vorbei. Der macht jetzt nämlich auch YouTube. Und genau, hier der Ehren-Gentleman. Und Leute, abonniert uns beide, wenn ihr mehr Fortnite sehen wollt. Und das soll es auf jeden Fall heute gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao, haut rein.